Ich verspreche es dir. Ich mache das wieder gut. Was machst du noch hier? Sie ist tot! Was willst du noch von mir? Ich kann dir das erklären. Alles. Aber erst müssen wir hier weg. Was soll das? Was ist das? Was ist das? Das ist unsere letzte Hoffnung. Wie hast du das gemacht? Was für eine Zeit ist das? Die Frage ist nicht, welche Zeit, sondern welche Welt. Was soll das heißen? Es gibt einen Weg, wie du nicht zu mir werden musst. Wie all das hier niemals passieren muss. Aber dafür musst du mir vertrauen. Ich versuche einen Übel. Untertitelung des ZDF, 2020